Marktropolis wünscht gute Unterhaltung. Wer ist Tom Shark? Nur wenige unserer Hörer kennen diesen kühnen Mann, kennen ihn nur aus kurzen Notizen der amerikanischen Presse, die schon seit Jahren von seinen kühnen, oft fast unglaublich anmutenden Heldentaten zu berichten weiß. Tom Shark, der unübertroffene Meisterdetektiv, ist nun endlich heimgekehrt. Heimgekehrt? Ja, heimgekehrt nach Deutschland, denn in Deutschland wurde er geboren, das Blut einer deutschen Mutter fließt in seinen Adern. Tom Shark befindet sich also augenblicklich in Berlin, der Heimatstadt seiner Mutter, wo er auch einen Teil seiner Jugendjahre verbrachte. Mit ihm kam sein unzertrennlicher Freund und Gehilfe Dr. Pit Strong, der die gefährlichen Kriminalfälle, welche Mr. Shark auf so unnachahmliche Weise gelöst hat, seit Jahren hautnah miterlebt und dokumentiert. Ergänzt wird dieses dynamische Duo durch den treuen Mohren und Hausdiener Bill. Jeder Hörer, der auch nur durch eines dieser atemberaubenden Abenteuer mit Tom Shark näher bekannt wurde, wird unsere Helden bald verehren und ihm gebannt auf seiner nächsten Verbrecherjagd folgen. Doch nun übergebe ich an Mr. Sharks Biografen, Dr. Pit Strong.